Was ist Ocula Myasthenia Gravis? Myasthenia Gravis ist eine Autoimmunerkrankung, die eine chronische Ermüdung der Augenmuskeln verursacht. Es ist gekennzeichnet durch eine schnelle Ermüdung der freiwilligen Augenmuskulatur, die während der Aktivität aufflammt und mit den Ruhephasen nachlässt. Es betrifft sowohl die Augen als auch die Augenlider. Betroffene leiden häufig unter Doppelsehen und herabhängenden Augenlidern, einem Zustand, der als Pytosis bezeichnet wird. Ocula Myasthenia Gravis ist behandelbar und umfasst Behandlungen wie Medikamente, Operationen oder die Verwendung von Geräten, die zur Verbesserung der Augenfunktion beitragen. Ocula Myasthenia Gravis ist eine sehr spezifische Art von Myasthenia Gravis, einer Krankheit, die die Muskelaktivität im gesamten Körper schwächen kann. Es ist nicht erblich und wird nicht von einer Person zur anderen weitergegeben. Die Variation der Erkrankung im Auge wird durch ein gestörtes Immunsystem verursacht, das bewirkt, dass Antikörpernerven Impulse abschneiden, die auf die Augen übertragen werden. Die Symptome können von leicht bis schwer sein, einige zeigen nur leichte Ermüdung der Augen, während andere unter schwerer Ptosis und verschwommenem Sehen leiden können. Helle Lichter verstärken oft Symptome. Zur Behandlung von Ocula Myasthenia Gravis stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung. Acetylcholine Sterase-Hemmer können dazu beitragen, die Acetylcholine Rezeptorwerte zu erhöhen und die Augenfunktion zu verbessern. Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken, sogenannte Immunsuppressiva, können auch verwendet werden, um die Fähigkeit des Immunsystems zur Beeinträchtigung der Augenfunktion zu hemmen. Corticosteroide sind ein häufig verwendetes Immunsuppressivum. Die intravenöse Immunglobulintherapie ist ein weiterer möglicher Erholungsort, in dem Antikörper aus dem Plasma von Spendern intravenös verabreicht werden. Augenärzte können sich auch für eine Operation zur Entfernung der Thymusdrüse des Auges entscheiden, ein Vorgang, der als Thymektomie bezeichnet wird. Eine Thymektomie-Operation kann die Krankheit heilen. Viele Fälle sind möglicherweise nicht von Uculera Myasthenia Gravis geheilt, berichten jedoch möglicherweise über eine Verbesserung der Symptome. Bestimmte Arten von Korrekturlinsen sind möglicherweise auch in der Lage, Unschärfe und Doppelsicht zu verbessern oder zu korrigieren. Das Tragen von Augenklappen kann ebenfalls helfen. Einige Personen tragen möglicherweise Geräte, die die Augenlider geöffnet halten, wenn eine schwere Ptosis ein Problem darstellt. Beispiele für solche Geräte sind Krücken für die Augenlider, die an der Brille befestigt werden und das Öffnen der Augenlider unterstützen, sowie Klebeband, das die Augenlider offen hält. In vielen Fällen ist die Augendermüdung die erste Stufe einer allgemeinen Myasthenia Gravis, die sich letztendlich auf den gesamten Körper auswirkt. In anderen Fällen treten jedoch nur Symptome einer Myasthenia Gravis in den Augen auf. Die Krankheit ist in der Regel fortschreitend, obwohl bei manchen Menschen Perioden auftreten können, in denen die Symptome stagnieren oder sogar in Remission gehen.